hallo leute und willkommen hier am start im spiel barframe und zwar mit der mission folge dem stalker und der reihe der zweite traum dann schauen wir mal was uns hier so arbeitet wenn ihr connected to hunt house fragment hunt house a path to the reservoir that led through here he cannot reach it alone he needs the stalker to do it for no ja und du klarsch der da der legt auch wenn es noch ein bisschen weiter Ja, ich würde sagen, ich schreibe deinen Metall zurück und du schreibe deinen. All die Kredite, die im System nicht wert sind, haben so viel wie ein Taddo. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich werde kommen. Wieder zurück, in der falsche Richtung. Hier geht's weiter. Geh, 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 geh! Fliegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegearrivee Und wir auftesten für den Teig ist das. Dann ist der schlafver万 série, wie le Harvard was. DT 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 Die Sentienten hat die Geräte gehandelt. Überraschung sie mit etwas Neues. Ja. Oh. Incredible. Der Stalker hat die Void-Keys gebaut. Use das zu re-open das Portal bevor mehr Sentienten-Fighters kommen. Die Void ist ein Poison für sie. Cross das Threshold. Los jetzt! Die Sentienten können nicht folgen. Oh! Donut du-je, das Gefühl? Fixen lass die Stomach-Fchin. Lass sie hier sehen, wo du kannst. Find eher die. Schöne hier. Kau sie in den Moment. I was in the void all along. I knew the Lotus was powerful. This erased history. We thought it was destroyed all this time. My, my, Lotus. You make a fine villain. And the Reservoir with it. Very clever, Nata. Shadow, your path is clear. Hunhaus found it. The Reservoir, hidden in the void. A place sentience can never reach. We must do everything to keep it there. It's the only way to keep the Tenno's power alive. The cryptid of the Reservoir. As unpleasant as our past is, I have to ask. I've, uh, seen inside a Tenno, yes. And what I found didn't make sense. Does this Reservoir conceal some great deception? Everything I've done was done to protect them. The void is forbidden to the sentience. It's our only protection against them destroying the Tenno. Do not let Alad distract you from your mission. They don't know the truth either, do they? How sweet. The betrayers get what they deserve. Hmm. Lies. From now omnipotent murder. I have detected a ship leaving the tower. It's the Stalker. He's on his way to the moon. You need to find a way to get off this tower and onto the moon. Stay focused. There's a heavy unit approaching. It seems to me that this tower is dedicated to masking the moon's location in the void, yes. Why not disable the mask so that Claptrap orders can pick them up? Or is that too complicated for you? Oh yeah. Um, c'mon . Yep. Keep talking, Horikin called Aladvi. Your silence soon comes. So, we're going to go up. One side. One side. So, we're going to go to Aladvi. We're going to go to Aladvi. We're going to go to Aladvi. Okay, we're going to go to Aladvi. 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 That's an amazing map. Der Mond. Die Moon. Somehow Ordus actually remembers the last time I was here. Concern for the Operator is at critical levels. Noooon. The suspense is killing me. Lotus, you have to tell us your secret. Hey, don't cut me off! Within the Moon lies the Reservoir. The secret to your Tenno power. But the secret is dangerous. It drove the Stalker to madness. Forgive my deception. I was only trying to protect you from the same fate. Now, it is time to protect yourselves by ensuring the Moon remains within the safety of the Void. Okay, wir sollen den Mond beschützen. Das will wohl die nächste Mission. Leute, an der Stelle danke fürs Zuschauen. Wer möchtet, kann gerne ein Like dalassen, den Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Mission. Beschützt den Mond. Euer Remi.